Jeder Haushalt ist voll mit Verbrauchsgütern, die wir täglich brauchen. Gerade Lebensmittel haben jedoch ein Ablaufdatum und sobald die Zeit des Konsumierens vorüber ist, bleibt nur mehr ein Rest, eben der sogenannte Haushaltsmüll davon übrig. Dafür stehen in den Waag-Wohngebieten die Entsorgungsplätze mit den geeigneten Behältern zur Verfügung. Dort können Abfälle richtig getrennt entsorgt werden. Ergänzend zu den Abfallsammelstellen stehen jetzt auch Hundestationen für Ihren vierbeinigen Begleiter und die Sauberkeit in den Waag-Wohngebieten zur Verfügung. Wenn Sie größere Gegenstände zu entrümpeln haben, nutzen Sie die Sperrmüllabholung. Die genauen Termine für Ihre Region finden Sie auf der Hausinfotafel oder auch auf der Waag-Internetseite www.waag.at unter dem Menüpunkt Bewohnerservice.